Moin zusammen und herzlich willkommen zurück in den Enchanted Kingdoms. Wir können malen. Lass uns mal da rangehen und die Symbole fertig machen. So. Okay, und da sind Dinge drin. Eine Stimmgabel. Ne, warte, das war nicht hier, sondern das war da unten. So, eine Stimmgabel hast du gesagt. Ding. Oh, okay. Was soll ich tun? Erstellen Muster, wieder zwei Punktspalten aus, um sie auszutauschen und richtig platzierte Spalten werden hervorgehoben. Okay. Was? Ach so, einfach nur so? Tatsächlich. Okay. Das ist nicht ganz richtig, ne? Kann ich die auch von oben nach unten tauschen? Das geht nicht. Hä? Moment, so und so. Ist doch ganz easy. Okay. Ja, super. Ein Korken. Meine Schlossknacker-Fähigkeiten werden nochmal gefragt. Aber natürlich. So, und da ist endlich der heiß ersehnte, der lang ersehnte Korkenzieher drin. Fump. Wie, das ist jetzt alles? Wir können den... Okay. Fump. Super. Gefunden. Ein Deckel. Ja, herrlich. Wie konnte das so schnell passieren? Und die nehmen wir auch mit. Und die nehmen wir da dran. Und was noch? Oh nein. Um Dragos zu besiegen, muss ich die perfekte Falle stellen. Okay. Okay. Aber wir haben ja oben noch etwas, ne? Hier. So. Das. Okay. Gut. Und das kann ich jetzt zusammenbasteln, sagste. Okay. Das ist aber doch einfach nur ein Sprungbreit. Wofür soll das gut sein? Okay. 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 Was jetzt? Oh je. Du bist zu schnell dran. Oh. Nee. Hahaha. Ja. Okay. Okay. Wählen eine Kachel aus und den Falle dran und wollen ihn blockieren, nur um ihn einzufangen. Okay. Hm. Ja. Schlechte Karten, ehrlich gesagt. So. 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 Äh. So. 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 Äh. Jetzt haben wir ihn. Super. Juhu. Es ging zu schnell. Hm. Es ging zu schnell. Er erzählt. Du hast es geschafft. Du hast mein Leben und das gesamte Empire. Danke, Explorer. Danke für deinen lokalen Service zum Empire. Deine Geist und Skills haben uns alle geschehen. Sehr gern. Was habt ihr mit ihm vor? Ach. Der Ärmste. Aber sein Schmerz ist nicht gelindert. Und hey, ich habe Fragen. Was ist denn aus dem ersten Teil? Oh. Wir haben die Miskulden nicht gerettet. Oder wie ist denn noch? Mars Girl. Ey, das gibt es doch nicht. Ich spiele das Spiel jetzt seit 25 Stunden. Und da habe ich den Namen immer dann nicht gemerkt. Egal. Okay. Wir haben sie nicht gerettet. Was ist denn jetzt mit denen? Sind die jetzt schon wieder? Also sind die zurück aus der Geisterwelt? Oder was? Ich habe Fragen. Gut. Das war, Leute. Aber der letzte Teil aus der Enchanted Kingdom Serie. Zumindest. Naja. Ich hatte das Paket gekauft. Da waren die ersten sechs Teile drin. Wenn ich das richtig gesehen habe, gibt es zwei mehr. Um die kümmern wir uns bestimmt auch noch. Aber ich muss es ehrlich zugeben. Ich habe jetzt auch mal Lust mal was anderes zu machen. Das ist. Sorry. Das ist. Wir werden nicht sofort diese Serie vervollständigen. Wir kümmern uns drum. Aber ich werde jetzt erstmal andere Dinge in Angriff nehmen. Andere Projekte in Angriff nehmen. Und dass wir auch mal ein paar andere Spiele Typen sehen. Aus der Wimmelbild Serie. Aus dem Wimmelbild Genre. Das wird schon passen. Übrigens. Da laufen gerade die Namen der Leute durch. Die dieses wunderbare Spiel hier kreiert haben. Und wenn ich das so richtig sehe. Dann sind auch tatsächlich ein paar Namen dabei. Die auch in den vorherigen Spielen schon enthalten waren. Das ist schön. Das ist gut. Habt ihr fein gemacht, Leute. Sehr gut so. Sehr gut. Und was ich sehr gut finde ist. Die Qualität der Filme ist auch besser geworden. Ja ja ja. Gut. War irgendwie auch zu erwarten. So über die Jahre hinweg. Na ja gut. 2020. Guck mal. Ist schon relativ neu. Aber damit bleibt mir nur noch übrig zu sagen. Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wenn ihr wollt. Wenn ihr mögt. Wenn ihr könnt. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.